Moin Leute! Habt ihr euch schon mal ne Weihnachtskugel angeschaut und gefragt? Wie bekommt man die so schön silbrig glänzend hin? Also auch schön gleichmäßig und nirgends ein Tropfen oder was zu sehen? Nicht? Ja, wir auch nicht. Der Grund dafür ist, dass hier mit einer Redoxreaktion gearbeitet wird, bei der durch die Oxidation eines Aldehydes elementares Silber entsteht. Erklärt das mal im Kind. Das bleibt dann schön gleichmäßig an den Kugel haften. Und wenn Aldehyde schon irgendwie in Redoxreaktion mitspielen, dann schauen wir uns die Reaktion jetzt genauer an. So. Wir behandeln also jetzt die Oxidation und Reduktion von Carbonylverbindungen, also Aldehyden und Ketoren. Jetzt kann man sich denken, gut Oxidation, also einfach die Reaktion mit Sauerstoff. Das ist ja auch nach unserer neuen Definition von Oxidation, also Abgabe von Elektronen vollkommen in Ordnung. Also lassen wir unsere Carbonylverbindungen in sauerstoffreicher Umgebung verbrennen. Zum Beispiel Propanal. Nicht lachen. Wenn wir das an der Luft verbrennen, erhalten wir Wasser und Kohlenstoffdioxid. Die Reaktionsgleichung, komplett ausgeglichen lautet dann, Propanal reagiert mit 4 äquivalenten Sauerstoff zu 3 Kohlenstoffdioxid und 3 Wasser. Also die Reaktion funktioniert zwar, wir schaffen es aber durch Verbrennung nur die höchst oxidierten Stoffe zu bekommen. Wenn ihr euch die Oxidationszahl vom Kohlenstoff anschaut, dann erhält man durch eine Verbrennung immer plus 4. Damit ist uns die Oxidation zu krass. Im Körper brauchen wir nämlich eher vorsichtigere Oxidation von Carbonylverbindungen, keine vollständige Verbrennung auf einen Schlag. Deshalb schauen wir uns mal noch eine katalytische Oxidation an. Dafür braucht man Kupfer. Da gibt es verschiedene Varianten der Reaktion von Aldehyden mit Kupfer. Wir schauen uns jetzt nur eine an. Nämlich die Reaktion von Methanal, auch Formaldehyd genannt, mit Kupfer-2-Oxid zu Ameisensäure und Kupfer-1-Oxid. Diese Gleichung ist jetzt aber noch nicht ausgeglichen, was Ladungen und Stoffmengen angeht. Das machen wir jetzt. Dazu schlüsseln wir zuerst in Oxidation und Reduktion auf. Dafür einfach, wie bei anderen Redoxreaktionen, die Oxidationszahlen bestimmen und schauen, wo sich was ändert. Wenn ihr das macht, fällt bestimmt schnell das Kohlenstoffatom des Aldehyds und natürlich das Kupfer auf. Unser Aldehyd hat eine Oxidationszahl von 0. Die entstehende Ameisensäure hat eine von plus 2. Damit haben wir unsere Oxidation, also die Elektronenabgabe, gefunden. Also schnell Oxidation vorne hinschreiben. Wie viele Elektronen werden wohl abgegeben, wenn meine Oxidationszahl von 0 nach plus 2 geht? Hm, ok. Schnell rechnen. Ah, klar. 2 natürlich. Also heißt meine Oxidation schonmal, Formaldehyd reagiert zu Ameisensäure und 2 Elektronen. Jetzt müssen wir noch die Ladung ausgleichen. Dafür nehmen wir basische Umgebung und damit Hydroxid-Ionen. Ok, die Ladung links ist 0, die Ladung rechts minus 2. Also links 2 OH- dazu und rechts dann ein Wasser, damit es von den Atomen her aufgeht. Damit ist der schwerere Teil auch schon geschafft. Die Reduktion findet dann beim Kupfer von Kupfer 2 Oxid zu Kupfer 1 Oxid statt. Wenn wir die Gleichung ausgleichen wie oben, dann erhalten wir 2 Kupfer 2 Oxid reagiert mit 2 Elektronen und Wasser zu Kupfer 1 Oxid und 2 Hydroxid-Ionen. Betrachtet man jetzt beide Reaktionen zusammen, ergibt sich die Redoxgleichung. Formaldehyd reagiert mit 2 Kupfer 2 Oxid zu Ameisensäure und Kupfer 1 Oxid. So, damit wäre gezeigt, dass wir auch in der organischen Chemie Redoxreaktionen aufstellen können. Und bei den Weihnachtskugeln ist oxidiertes Silber an der Stelle von oxidiertem Kupfer und wird eben ganz bis zum elementaren Silber reduziert, das sich niederschlägt. Altehyde können wie eben gesehen gut zu Carbonsäuren oxidiert werden. Ketone können das nicht auf diese Weise. Sie haben schon die Oxidationszahl plus 2 und wenn sie wie oben 2 Elektronen abgeben würden, wären wir wieder beim Kohlenstoffdioxid. Beide Stoffe kann man aber reduzieren. Wichtig dabei, man braucht ein mildes Reduktionsmittel wie zum Beispiel NaBH4 oder ähnliches. Wenn wir einen Aldehyd jetzt damit reduzieren, erhalten wir einen primären Alkohol. Die Rückreaktion davon ist dann natürlich gerade die Oxidation von primären Alkoholen zu Altehyden, die wir auch schon mal hatten. Wenn ein Keton reduziert wird, entsteht ein sekundärer Alkohol. Und auch hiervon hatten wir schon die Rückrichtung. Also die Zusammenhänge einfach merken, dann ist das alles kein Problem. Wollt euch so Redoxreaktionen interessieren, dann schaut euch mal noch das Video hier an. Da geht es um Batterien, die auch nur wegen Redoxreaktionen funktionieren. Und da wir es vorhin über Weihnachtskugeln und so hatten, frag ich mich, was war das krankeste Weihnachtsgeschenk, das ihr jemals bekommen habt? Ich glaub das wird von den Comments ja sehr interessant. Also bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao! 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 Ciao!